Hallo Leute, ich wollte euch mal ein paar schöne Grüße da lassen und zwar von den Philippinen, wo ich gerade bin. Mal schauen, ob ihr das hier im Hintergrund sehen könnt. Richtig schöne Aussicht habe ich hier gerade. Ich bin auf so einem Hügel mit dem Roller hochgefahren. Richtig nice. Also macht's gut Leute. Bleibt gesund.